Caspar, hallo! Hallo, was geht? Guck mal, pass auf, der wird aktiviert in 15 Sekunden. Was ist denn mit dem? Fünf Nächte jetzt überleben Caspar. Oh nein, ich hab Angst vor diesen Animatronics. Hier sieht auch die ganze Zeit solche Muffins, die wir einsammeln können. Wir müssen jetzt 25 Stück von ihnen einsammeln. Ach so, hier ist noch einer. Oh lecker. Ich weiß, sammle die auf jeden Fall alle ein Caspar. Sehr gut, sehr gut. Du kannst auch mehrere einsammeln. Genau, auf einmal. Okay, mach ich grad schon, sehr schön. So, und das Ding ist, hier müssen wir anscheinend probieren, fünf Nächte zu überleben. Boah, ich hoffe, das schaffen wir Caspar. Das bekommen wir dann. Wenn wir es schaffen, dann kriegen wir anscheinend was richtig, richtig Heftiges. Boah, ich bin sehr gespannt, was das sein soll. Ich weiß. Oh mein Gott, ich hab mich verwandelt. Hä, in was? In so eine Figur oder so. Hier steht ein Pospekt. Oh mein Gott, der Ding war das Ding vor mir, Alter. Oh mein Gott, mir erschrocken. Hier ist ein Wolf. Hier ist ein Wolf. Pass auf, der kommt hier, der kommt hier, der kommt hier, Bro. Wolltest du mir? Ja, weg, weg, weg. Ich bring die jetzt mal weg hier, ich bring die jetzt mal weg hier. Wie viel hab ich denn davon schon? Du musst die auch eigentlich wegbringen. Wie hast du dich verwandelt jetzt eben? Mit C? Ich hab einfach irgendwas gedrückt und auf einmal war ich da wandelt. Ah ne, oh mein Gott, du hast recht. Jetzt bin ich auch verwandelt. Ich weiß, aber kannst du nichts machen. Dann kannst du nicht irgendwie... Aber glaubst du, der sieht dich dann trotzdem? Oh mein Gott, da ist er direkt. Glaubst du, der sieht dich dann trotzdem? Äh, ne, ne, ich glaub nicht. Der müsste nämlich... Oh, da ist er. Oh nein. Hau bloß ab, Freddy. Ah Leute, man kann an ihm vorbeilaufen, wenn man verwandelt ist, hab ich grad gesehen. Ah. Sehr gut. Oh mein Gott, ich sammle hier... Hier ist oben. Hier sind, glaub ich, voll viele Sachen. Waren wir da schon? Ne, ne, hier oben haben wir noch gar nicht. Oh mein Gott, hier sind voll viele. Hä? Hier ist noch gar nichts. Was soll denn hier sein? Ich hab... Ich halte gerade elf Stück. Oh mein Gott. Hier sind auch noch welche. Okay, lass mal, ich muss jetzt nach oben gehen. Ich muss jetzt mal hier... Ja, ich glaub, wir haben die ja vielleicht sogar schon alle, oder? Bevor ich jetzt draufgehe. Nein, ich glaub nicht. Alle, der läuft zu krass. Boah. So, hier. Hier muss man in den Raum nicht reingehen. Wo sollen die denn noch sein? Wir haben ja noch irgendwas krasses, was wir noch übersehen haben. Da ist er, Freddy. Er sieht mich aber grad nicht. Ich warte ganz kurz. Ja? Nein, der hab ich gesehen! Nein! Verwandle dich, verwandle dich sonst zur Not. Ich hab jetzt ganz wieder abgelegt. Ich finde das sieben Stück. Okay, sehr gut. Oh! Alter, viele hattest du denn bitte? Du hattest ja richtig viele. Ich hatte extrem viele. Und ich seh gerade hier, ist auch noch anscheinend einer auf dem Boden. Hier, ich hab auch noch einen. Achso, der ist gerade eingesammelt. Oh mein Gott, da vorne ist... Man sieht die jetzt gerade, wo die sind. Stimmt, die sind alle dort. Ah lol, okay. Gut zu wissen. Alle auf der Seite. Was heißt hier rein? Dann gehen wir da noch mal hin, ne? Ja, alle abgeben. Dann gehen wir da noch mal entspannt, der Reno hin zu den Muffins. Was glaubst du noch sehen, wenn wir alle Muffins abgegeben haben? Nicht Waffeln, ich wollte schon Waffeln sagen. Ähm, ich glaube, wir kriegen dann... Ne, wir überleben dann quasi diese Nacht. Dann müssen wir danach wahrscheinlich noch was finden. Ah, okay. Ich hab ein Muffeln. Ah, hier geht's noch. Der Rest soll oben sein. Ich seh auch grad, dass hier überall so Überwachungskameras sind. Glaubst du, wir werden beobachtet? Ich glaub, wir werden echt beobachtet. Ich glaub, irgendwer hat das Ganze hier geplant oder so. Ja, 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 ich glaub auch. Okay, hier hab ich noch einen. Ich dachte, der wäre hier grad gewesen. So. Hier sind die Anstände... Da ist der Anstand hier oben. Genau, ich sag mir hier grad nochmal... Ja, ich bin oben. Ich sag mir grad nochmal richtig, richtig viele Heim. So, hier. Schön, ich hab grad gehört. Da war grad echt in der Nähe von uns. Ich glaub, ich hab hier hinten den letzten. Ja, ich hab hier den letzten, glaub ich. Ich hab den letzten. Okay. Ah, du hast den eingesammelt. Sehr schön. Wir können da unten gehen und die abgeben. Okay, okay, okay. Los, los. Die allererste Nacht überlebt, hoffentlich. Wenn der jetzt hier nicht um die Ecke kommt, ne? Wir müssen in die andere Richtung laufen müssen. Oh mein Gott, Bro, er hat mich erwischt. Als ob. Ich bin durch die Tür gelaufen, der stand direkt dahinter der Tür. Wiederbeleben. Ey, jetzt sind die alle verteilt. Ich muss mich wiederbeleben. So, zwei. Zwei Stücke sind jetzt hier auf jeden Fall noch am Start. Okay, so. Und wiederbeleben. Oh, 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 oh. Was muss ich da wieder finden? Wir müssen zum 15 Schinken hier finden, ne? Steaks. Aha, okay. Fette Steaks müssen wir finden. Das erscheint ein richtig krasses Abendmahl machen. Okay, ich weiß mittlerweile wofür auf jeden Fall diese Rauchbombo unten rechts in der Ecke ist. Und zwar können wir uns damit einfach verwandeln, ne? Wenn er kommt, wissen wir ja schon. Aber, damit sehen die uns dann auch einfach nicht. Das ist voll clever, ne? Das ist voll gut. Glaubst du, es sind ja noch mehr Monster da rein? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ja der eine, der uns verfolgt, oder? Da war ja gerade noch eine Freundin am Start. Oh, man glaubt, die verfolgt uns jetzt auch noch? Das wäre gruselig. Ich könnte es mir ja gut vorstellen. So ist ja noch ein Steak irgendwo. Ja, da sagst du was. Deswegen, ich dachte eben, das wäre die Puppe, die dich hier geholt hat. Aber das war sie gar nicht. Die liegt die ganze Zeit auf dem Boden. So, ach so. Steaks. Hallo. Kann ich noch ein bisschen Schinken haben? Hier, sag mal. Die Puppe ist da. Wir müssen auch nur 15 Stück. Wie viele hast du? Die eine ist da auch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe vier Stück abgegeben. Ich habe hier noch mal zwei. Okay. Ich habe Angst. Das sind alles gruselige Geräusche hier. Hier ist der. Hier ist der. Der verfolgt mich. Oh nein. Hier ist auch noch ein Steak. Ich höre ihn. Wo ist der? Hier. In dem Raum ist auch noch ein Steak in der Ecke hinten rechts. Okay. Hier oben. Ist hier noch ein Steak irgendwo? Sag mal. Hier läuft mir einer die ganze Zeit hinterher. Der soll lieber mal selber suchen, sag mal. Ich weiß. Ohne Spaß, Alter. Sag mal. Ist hier einer? Ach nein. Mich hat die geholt. Ach nee, oder? Mich hat die geholt. Ich muss mich wieder beleben. Ich wurde nicht überlebt. Aber ich gehe jetzt lieber nicht mehr drauf. Okay, okay, okay. Also alles gut. Du musst echt um die Ecken aufpassen. Ich weiß. Du musst die Tür doch immer vorsichtig aufmachen. Pass auf hier. Ich gebe direkt ab. Ich gebe direkt ab. Wo kann ich das abgeben? Dahin. Okay. Hä? Ich bin langsamer durch die Muffins. Das ist von ihr. Ach so. Das sind Fallen. Das sind Fallen. Ey, passt bloß auf mit den Türen. Die ist einfach aus dem Nichts gerade. Drei Steaks fehlen noch. Drei Steaks fehlen noch. Hä? Man konnte die Tür nicht aufmachen gerade? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die kommt, glaube ich. Ich höre die, glaube ich, auch. Oh nein. Vorsichtig aufmachen. Ich bin wieder langsamer. Da ist noch irgendwas komisches im Käfig drinnen. Du siehst die Steaks angezeigt. Hier ist so ein Steak. Ich weiß. Geht den auch noch. Ich habe Angst, dass hier jetzt gleich um die Ecke kommen. Weil ich darf nicht noch mal drauf gehen. Ich weiß. Oh Gott. Alter. Hier müssen wir noch lang oder nicht? Hä? Ne. Das Steak war dann hinter der Wand. Pass auf bei der Tür. Pass auf. Hier ist hier irgendwas? Ne, alles gut. Aber hier lang, hier lang. Ah. Hier in der Ecke. Achso. Das meine ich an der Ecke hin rechts. Achso. Da oben. Die letzten beiden. Komm, die müssen wir schnell abgeben, damit die Nachtsstelle vorbei ist. Pass auf, die Tür vor uns. Das ist locker als da vor uns ist einer. Pass auf jetzt. Von rechts irgendwo. Geh doch rein. Achso. Ja, er kommt hier. Er kommt, ja. Er kommt, er kommt. Okay, lass sie weggehen. Hier lang, ich gehe hier rein. So. Ja, hier kann man lang. Hier kann man lang. Und jetzt ist hier ausgetrickst, sag mal. Die geht's weg nach oben. Hast keine Chance, Freddy. Keine Chance, Freddy. Schöne was? Ist halt oben. Nee, ist unter uns. Beide runter. Okay, schnell, 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 schnell. Okay, schnell. Stoppt diese Steaks. Steakadillos. 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 Komm her lang. Abhauen. Runterbringen. Du musst ja schnell nach unten gehen. Hier links müssen wir nach unten. Ja, ja, ja. Weil die waren eben hier bei uns in der Nähe. Ja. Und dann siehst du, ey. Genau so läuft das doch. So. Ob bloß ab jetzt hier, ne? So. Hier lang. Hier lang geben. Hier lang geben. Du läufst falsch, du läufst falsch. Aber ich hab ihn grad gehört. Ich hab ihn grad gehört. Pass auf. Pass auf. Okay, ich hab's. Okay, ich hab's. Hier ist keiner mehr drin. Und Steaks abgeben. Komm schon. Komm schon. Let's go. Das war jetzt auch schon abgeschlossen. Sehr gut. Hahaha. Genau so soll das sein. Sag mal. Nein, Kaspar. Da ist der Wolf. Hilfe. Was war denn das für ein Teil eben? Den haben wir jetzt mit den Steaks gefüttert. Wolfie. Ach so. Und jetzt lässt er den Wolf raus. Nein. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Was könnte schon schief gehen? Was soll das denn heißen? Sag mal. Oh Gott. Guck mal, die haben jetzt schon zittert. Die haben auch Angst vor dem Wolf. Ja, ja. Die haben auch Angst vor dem Wolf. Wo ist der Wolf? Wir müssen jetzt schnell irgendwie Wasser finden. Die liegen überall Wasser. Wasser? Ah. Okay, ja. Und die können wir nutzen. Hier. Sag schon mal. Eins. Hier direkt nächste. Zwei. Das Problem ist halt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch, dass wir drauf gehen. Ich weiß. Ich weiß. Oh Gott, der kommt. Die sind da. Die sind alle wach. Das hier beim Käfig. Pass auf, der läuft rum. Der läuft rum, oder nicht? Nee, der läuft nicht rum. Der steht hier am Käfig gerade. Oh, okay. Ich brauche das Wasser. Ich habe auch schon drei. Sehr gut. Ehrlich? Hier oben vier, fünf. Alter, hier waren zwei in einem Raum. Ja, moin. Okay, warte. Ich lege die ganz kurz ab jetzt hier. So. Sehr gut. Ja, fünf Stück habe ich. Also eine einzige fehlt nur noch. So, hier lang. Bloß kann um die Ecke sein, ne? Ist hier noch irgendwo eine Wasser... Ja, ich habe die letzte Wasserflasche. Ich komme runter. Was war das gerade? Was ist das? Was? Was? Was war da? Irgendwie so komische Weg. Irgendwie so komische... Was weißt du jetzt? Irgendwas passiert da gerade. Da ist gerade irgendwas. Ich höre was. Ja. Weißt du das? Was ist das? Da läuft jemand schnell. Da läuft was. Da läuft was. Der Wolf ist ganz schnell vorbei gelaufen. Oh mein Gott. Ich habe gerade... Oh mein Gott. Ich habe gerade links gehört. Der Weg ist... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Da ist der Weg. Komm mit uns. Nein, wir sind eingeckelt. Hier lang, hier lang, hier lang. Okay. Okay. Wolfen haben wir aber glaube ich die Strecke. Das heißt wir müssen aufpassen. Achso okay. Lass sie jetzt wieder rein. Lass sie wieder rein. Ausgetrickst. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Ich weiß. Wir müssen jetzt hier kurz oben lang laufen. Okay. Okay. Alter. Richtig gruselig auf einmal. Ich wusste gar nicht was phasen ist. Ich weiß. Ich weiß auch nicht was jetzt gerade passiert. Hier ist aber auch keine Wasserflasche mehr. Wie viele hast du? Ich habe alle. Du hast sechs Stück gerade? Ich habe sechs Stück. Okay. Dann lass sie nach unten gehen. Lass sie schon nach unten gehen. Wo kommen wir denn runter? Da vorne oder was? Hier. Hier nach unten glaube ich. Hier jetzt. Ja okay. So. Okay. Der Wolf kann gar nichts. Oh mein Gott. Der kann uns nichts anhaben. Der kann nichts der Wolf. Oh mein Gott. Aufpassen jetzt ein bisschen hier. Oder doch? Ja. Alles gut. Abkürzung. Und. Abgeben. Let's go. Sehr schön. Gruselig. Dann haben wir das ganze gewonnen. Ich bin gespannt was da noch kommen wird. Ich bin auch sehr sehr gespannt. Guck mal. Jetzt läuft hier der Ausgang schon rot. Die beiden haben X. Siehst du das? Oh mein Gott. Hey. Schnell laufen. Schnell laufen. Wir müssen jetzt hier solche Dings finden. Solche Besen oder sowas. Ja. Ja. Besen. Hier ich habe schon mal einen. Okay. Sehr gut. Ich habe auch eine Wasserfütze gerade gesehen. So. Besen Nummer 1. Und abgeben. So. Ich habe auch einen Besen. Oh mein Gott. Da war die Wasserfütze. Ich habe die gerührt sogar schon. Die liegen hier einfach auf dem Boden. Alter. Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Wie viele Besen hast du schon? Ein Grad mal. Ich finde hier keinen mehr. Ein nur? Hä? Als wenn? Ja. Ich suche hier die ganze Zeit. Die sind aber keine Besen irgendwie. Oh mein Gott. Da kommen die beiden. Da kommen die beiden bei mir. Und der Wolf ist gleich frei. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Der Wolf hat seinen Weg gefunden. Der Wolf ist frei. Geh nicht zu dem Weg. Wo dieser Weg ist. Ja. Ja. Safe. 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 Da würde ich einfach. Hä? Bro, er verfolgt mich. Dabei geht er gar nicht seinen Weg. Hä? Ich habe die Besen eingesammelt. Ich habe trotzdem nur 2 von 8. Der Wolf war mal abhauen. Wie jetzt? Der läuft hier einen ganz komischen Weg. Ist so? Ehrlich? Ja. Und nein. Ich sehe seinen Weg. Ich kann ja nicht nach unten gehen. Hä? Ich habe gerade voll viele Besen eingesammelt. Das sind trotzdem nur 2 von 8. Das kann ja nicht sein. Oh mein Gott. Diese Schatztruhe mit dem Schloss. Höö. Kann man da rein oder was? Ich glaube da können wir reingehen dann. Ah. Okay, warte. Ich halte jetzt gerade 4 Stück. Das heißt, es fehlen nur noch 2 Stück. Hier hinten ist hier noch einer. Ich habe erst 2 Stück gesehen. Ich halte 0. Ich höre den Wolf. Ich höre den Wolf unten. Unten laufen. Hier ist hier noch einer. Haben wir einen übersehen? Das hört sich echt gruselig an Kasper. Die kommen oben. Die kommen oben. Glaub ich. Okay, ich geh jetzt da unten. Ich habe jetzt gerade 5 Stück. Okay, sehr gut. Ah. Was ist los? Verdammt. Nein, wurdest du erwischt? Lauf, 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 lauf. Nein, da ist noch der zweite. Los. Ah. Ich versuche sie weg zu locken. Ich gebe die ab. Einer fehlt noch, Kasper. Ich weiß, ich suche. Ich suche schon. Nein, ich habe keinen. Ja, ich habe den letzten. Warte, aber hier ist der Wolf. So viele Pfützen sind hier. Okay, ich habe den letzten. Okay, gib den ab. Gib den ab. Gib den ab. Er nimmt die nicht auf. Weil ich verwandelt bin gerade. Los. Nein. Nimm ihn doch auf jetzt. Warte. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Abgeben, abgeben. Ich bin verwandelt. Haha. Ihr kriegt mich nicht. Ich gebe ihn ab. Ich gebe ihn ab. Und. Ja. Sehr gut. Nacht Nummer vier. Jetzt ist die letzte Nacht angebrochen, Kasper. Oh mein Gott. Ich bin echt gespannt. Was da jetzt passieren wird, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich jetzt. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Guck mal. Es ist so dunkel. Oh mein Gott. Du müsstest fünf Sachen finden, du. Der Wolf hat direkt schon seine Fährte, ne? Was müssen wir finden? Was müssen wir finden? So fünf Rucksäcke oder sowas. Fünf Dynamitdinger. Fünf Dynamitdinger. Um den aufzusprengen. Ah. Aber man hat kaum Sicht. Man kann kaum was erkennen. Ja, ich erkenne auch gar nicht, wo ich lag. Hier, ich habe Nummer eins. Oh mein Gott, der Wolf kommt. Oh nein, wenn der Wolf kommt, ich bin gerade durch seine Fährte, habe ich gegangen. Bro, er ist so schnell. Oh nein. Ist irgendwas? Oh nein. Okay, ich habe Dynamit 1 abgegeben. Hä? Ich kann es nicht abgeben. Was war das denn? Oh mein Gott, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn, ich höre ihn. Ich höre ihn, aber es ist so dunkel. Ach so, wir müssen am Notausgang, wir müssen das am Notausgang abgeben. Ja, ja. Aber ich habe doch keinen hiermit gefunden. Oh mein Gott. Ich habe so Angst, ne? Hier, okay, platziert. Und Dynamit 1 angebracht. Sehr gut. Okay, sehr schön. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe gar Angst. Jetzt habe ich mal Dynamit. Denk an, dass du dich verwandeln kannst zur Not, ne? Dass du verwandeln kannst. Habe ich jetzt gerade. Ich hatte ganz Angst gerade gehabt. Oh. Okay. So, hier ist Dynamit. Oh, ich habe auch Angst. Hier kann man krabbeln. Hier kann man krabbeln. Hä? Was ist das denn? Wie krabbeln? Das ist so ein Lüftungsschacht oder sowas, wo man reingehen kann. Alter, ich sehe nicht so dunkel. Oh nee, ich bin in die Partyakete von dem Muffin gelaufen. Okay, komm mit, komm mit. Ah, ich auch. Oh Gott, oh Gott. Ich habe einen Dynamit, ne? Wie fasst du? Null. Ich habe einen schon abgegeben. Wir müssen aber noch mehr sein. Locker oben. Locker, ja. Oh Gott. Oh, ich bin in der Pferde von Wolf, ne? Oh ja, alles gut. So lange der nicht kommt, ist eigentlich alles in Ordnung. Wir sind nicht im Käfig gerade. Oh nein, hier ist nichts. Das wäre auch nicht gewesen. Ich gehe mal hoch. Oh, pass auf. Oh mein Gott. Alter, das war so knapp gerade. Oh Gott, der Wolf, der Wolf ist hier. Oh Gott, lauf. Verwandeln. Ich habe mich verwandelt. Oh mein Gott, verwandeln. Ich habe mich verwandelt. Boah, ich bin auch. Alter, dann haut sie ab. Gott sei Dank. Ich gehe jetzt hier gerade weiter. Ich gehe jetzt damit nach oben. Wir müssen nach oben gehen. Ja, oben. Wir müssen nach oben. Safe. Hier lang? Okay, ich bin wieder zurück verwandelt. Das Ding ist, ich muss ja echt immer in jede Ecke reinlaufen, weil man es nicht sieht. Alter. Ja, also ich finde auch den Weg nach oben nicht gerade. Nein. Ich höre gerade wieder jemanden. Hier! Man sieht's. Man sieht's. Okay, sehr gut. Schnell merkt ihr das. Oh, oben. Die letzten beiden. Die letzten, ja. Okay, sehr gut. Ich höre jemanden. Da ist noch jemand. Was? Hier ist jemand drin. Hier ist noch jemand, ne? Ne, alles gut. Alles gut. Ah! Lauf weg. Da ist einer. Vor der Tür. Pass auf. Oh nein. Hast du das letzte diamiert? Ja, hast du. Ich habe das letzte abgeben. Okay, abgeben, abgeben. Ich verwandle mich aber ganz groß. Ich gehe jetzt entspannt hin zur Tür. Ich gehe auch. So, auf entspannt. 10 Sekunden. Oh. Oh mein Gott, Alter. Okay, ich bin hier bei der Ausgangstür. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich komme jetzt lebt da überhaupt hin, ne? Ich hoffe, ich habe von dem nicht rein. Ich packe die jetzt hin. Ich packe die jetzt hin. Oh mein Gott, wer der folgt. Nein, Kaspar, verwandel dich sonst. Oh mein Gott. Zwei Stück fehler nur noch. Zwei Stück fehler hier. Ja, ich weiß, die habe ich, die habe ich. Ich komme, wo bist du? Wo ist der Ausgang? Ja. Hier, ich komme angelaufen. Okay. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein, wenn die jetzt kommen. Wenn die jetzt kommen, Bro. Wenn die jetzt kommen. Dann war es das. Dann war es das echt. Los, zurückwandeln. Ja, okay. Und. Anbringen. Oh mein Gott. Wir haben alle fünf Minuten. Wow. Explosion. Was? Laufen. Ja. Schnell. Laufen. Wir haben den Spielplatz überlebt. Oh mein Gott. Was? Lauf, Kaspar, auf. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Oh nein. Hier drüben. Oh nein. Was soll da sein? Wied doch nicht in den Wald rein. Irgendeine Fortsetzung oder was. Doch nicht in den Wald. Oh nein. Oh nein. Irgendwer hat es beobachtet, wie du es gesagt hast. Verdammt. Das seht ihr im zweiten Part. Oh nein. Ist so, Leute. Wenn ihr den zweiten Part sehen wollt, müsst ihr auf jeden Fall ein Like und ein Abo da lassen. Los geht's. Freunde, wir haben überlebt, aber in diesem Wald ist anscheinend der Besitzer von den Animatronics. Ne? Also wenn ihr den zweiten Part sehen wollt, dann lasst ein Like und auch ein Abo da drüben. Wenn ihr den wollt. Tschüss nochmal, wie das aussieht. Bis dahin. Und ciao, ciao. Ciao.